jetzt kann ich keine Endschlange machen weiter zum nächsten Mal Vielen Dank. Vielen Dank. Freitag, Wochenende, wuhu. Ja, kannst du eh nicht viel machen. Nein! Oh mein Gott. Ähm. Ach, Mist. War zu langsam. Die Kamerasteuerung will nicht so, wie ich will. Verdammt. Gamen und Series schauen. Wow. Was? Wenn ich mit dir... Danke. Dachten schon. Ähm. Wo war die Kanone noch mal? Sag ich dir, wo meine Kanone... die Kanone ist? Wo ist die Kanone? Ich hab keine Ahnung. Nein, ich will nicht mit dir reden. Ich hab keinen Bock. Du stinkst. Ach, Tornado. Ah, waaah. Oh mein Gott. Ey, lass mich in Ruhe. Da oben ist noch ein Stern. Ich hoffe, diesmal klappt es besser als das letzte Mal. Oh nein, 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 nein. Hier we go! Ich verkack's schon jetzt. Ich weiß es. Ich weiß es. Ich weiß es. Ach, Mann. Das wird schon was Lustiges mit Fliegen. Jetzt brauch ich die Kanone. Aber wo ist die? Sie da hinten, ne? Oder? Ich hoffe es nicht. Komm schon! Nein! Oh mein Gott. Uh, was ist das? Ach ja. Ach, Mann. Ich bin... Ich bin auch müde. Bin ich mal ehrlich. Du wirst mich verarschen. Lärts schon gut. Lärts! Lärts bei mir. Wistiges Scheiß, Adler. Da ist er! Komm her! Komm schon, Mario! Halt dich fest! Nein. Alter, was war das denn? Alter, was war das denn? Der blöde, alter, Adler. Komm her. Mario, kannst du nicht deine Pistole nehmen und ihn abschießen? Das wäre viel einfacher. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Dieser blöde Sack, ey. Ich kann hier keinen Warnsprung? Glitsch durch die Wand, okay. Komm schon. Nein, Warnsprung geht nicht. Okay. Holme, ja. Ich kann wieder dein Dings holen. Jetzt hab ich nicht geschaut. Schau wir mal. Komm her! Ja! Endlich! Endlich! Oh, nein, nein, komm schon, komm! Komm schon, komm schon, komm schon! Ja, endlich! Ich freu mich so. Endlich! Endlich hat's geklappt. Und weiter geht's. Es kommt jetzt. Ich bin gespannt. Es bringt Licht in die... Ach, Mann. Wieso kommt denn ein Update? Nein, das wollte ich nicht. Tut mir leid. Ich will das hier... Kann ich das? Ne, jetzt geht's nicht. Moment bitte. Ich will... Schauen, ob ich das ändern kann. Kann ich das vergrößern? Ja, geht! Perfekt! So. Tut mir leid. Amos sein. Äh, was muss ich jetzt wieder machen? Okay. Ich glaube, ich muss in die Pyramide, oder? Ich habe das in die Pyramide. Ich bin da... Ja, das ist in die Pyramide. Ja. Ich bin da... Ach man, richtig nur Play, irgendwie. Aber ja. Ach komm man. Komm jetzt! Danke. Komm schon. Ich traue mich nicht mehr dahin. Nein! Oh mein Gott. Ich glaube der ist wütend. Ich glaube der ist wütend, kann es sein. Ich geh mal weg. Und rein in die gute Stube! Ich habe einen Gumba. Jetzt viele Gumbas. Ach Kamera. Ich hasse die Kameraeinstellung. Kamera will nicht. Ich hasse die Kameraeinstellung. Oh nix. Schau doch nach vorn! Tut mir leid. Kann es sein, dass ich zwei Sachen machen muss? Oh mein Gott. Hier sind ja nur Münzen. Oh mein Gott. Geh weg Kumpa. Geh ich mal hier rauf. Hoppala. Das hat diesen Winkel auch nicht. Ja, Treibshund. Liebe Treibshund. Nicht. Ich glaube hier muss ich mehrere Dings machen. Ach, ich freue mich schon auf den, auf den Hundenmünzen. Also Hundenmünzen. Auf die Hundenmünzen sammeln und rote. Oh mein Gott. Ja, aber ich kann die Kamera nicht so einstellen wie ich will. Ich kann die Kamera nicht so einstellen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich kann die Kamera nicht so einstellen. Ganz langsam. Nein, langsamer sagte ich. Mare will auch mit dem sich verkacken. Ja, die Kamera. Kamera. Es sind zwei oder? Oder es ist nur einer? Komm, geh weg. Danke. einstein habe ich schon mal was you er gebe ich alles was habe ich das falsch ich habe das dritte gemacht ich weiß gar nicht das zweite war gehe ich mal hier auf nein nein auch man okay ich versuche mal da darauf zu kommen genau genau auf klopft aber schade war es geht nicht immer kamera kamera ich hasse das wenn ich nicht sehe jetzt mal ganz langsam überhaupt zu landen genau hier ja jetzt versuche ich mal darauf zu kommen ja genau ich soll ich mit dieser kamera es schaffen genau hier werde ich kacken hab's gesagt hab's gesagt ich werde genau hier verkacken ach man ich verkack immer wieder auch man leute und wieder herauf und mecken kamereinstellungen diese blöde kamereinstellung ich hab glaub mega mecca ausgespielt was was war das denn oh mein gott dahinten ist die kanone ich glaube ich glaube der ist immer noch gepisst auf mich oder der ist immer noch gepisst oder der ist sicher noch gepisst und jetzt kommt der tornado ich merke dass ich noch ein leben habe nein das sind zwei hey das spiel ist ein bisschen buggy nein alter das wäre so cool gewesen hallo course ach man jetzt wäre immer ein moment gewesen und ich verkack's wieder das wäre wieder ein moment gewesen aber natürlich das chaos nein bleib hier oben bleib hier oben bleib hier oben bleib hier oben mal das hinter mir ja ist die war die ok gut meine neue player hat da irgendwie noch ein extra modus und der land auf alle vier was auf sein aber berühm dich ich bin kein problem ich brauche ich will ich auch nicht willkommen in die kameraeinstellungen wie ist das land auf allen vier sein ok ok probieren wir es mal ne ja das klappt schon gut das klappt sehr gut das klappt super ich muss schon sagen hat super geklappt ja ja whoa wenn ich so weit mache habe ich bald ein game over Oh mein Gott, was das Glück. Ist ja die Säule? Nein. Oh, bye. Nee, 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 nee. Okay, ich gehe safe. Okay, ich bin da nicht für safe. Weg, Mario! Mario! Oh mein Gott, das war auch wieder Glück. Ist eh immer noch gepisst auf mich. Komm schon, Mario! Und mein Mario. Ah, da! Was macht der? Ach ne. Aha, der wollte mich, ja? Unbedingt. Ah, ich habe kein Ding. Ich gebe noch Mühe. Da muss ich ein bisschen aufpassen. Kannst du mich in Ruhe lassen, bitte? Ich will hier nur... Danke. Oh, voilà. Nein. Mario, beruf ich mal. Ah, was war das denn? Komm her. Nein, keine Tüte. Nein, Mario. Schon nachher. Nein, das will ich gar nicht. Ja, bis ich hier weiterkomme, muss ich ein 9 nehmen. Ja, und ich stelle. Alter. Ich hasse das Fliegen. Oh, ne, Ritz. Ich hasse das Fliegen. Ja, ich presse... Oh. Oh. Was habe ich da gemacht? Ich habe das Spiel kaputt gemacht. Oh. Ähm. Ah. Ah, ist das neu? Cool. Wusse ich gar nichts. Boi, boi, boi. Hehehe. Kann ich noch ein bisschen nervten, ne? Hehehe. Warte, 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 warte. Das ist der Mario. Wui. Okay. Wieder eins. Nein. Falscher Knopf. Ja, ein Steil erreicht. Wow, was mache ich? Hm, 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 hm. Ja, ich spiss wieder. Runter. Ich glaube, nachher ist eh alles nur noch mit Fliegen. Die 8 Münzen sammeln. Die Rot-8 Münzen. Nachher... Ja, die Fliege... Die Säule-Dingster. Ist alles mit Fliegen, glaube ich, jetzt nur noch. Ach. Das ist eine gute... Ich weiß nicht, aber ich kann einfach nicht mit Fliegen. Wenn ich fliegen könnte. Fang. Komm schon, komm schon, komm schon, Mario. Ah. Boing. Ihnen ist eine gute l pun. Ich bin... Oh, Gott.